und wer ist die kackler noch da? die... komm ne ist schon nach Hause gegangen ich bin nach Hause geweint ne, ah ne der ist ja ins death egal, nebenan würden wir ihn nicht sehen wahrscheinlich nepp haben wir hier kein Uniproof Catcher Ride nope Busweg na dann hier Leute, lauft ne halbe Stunde durch die Gegend ist auch mal schön einfach ignorieren, Death Trap macht schon Death Trap erledigt, Death Trap tut der ist doch wahr hör mal steine steine hoch nachher recht gegen Schütze mach es gut mach es gut scheinbar nicht passt schon oh mach es schon alter über die Entfernung krasse Sache ich bin mittlerweile echt ziemlich geskillt darin ja ich bin jetzt mit dem Dings der super ich habe zwei Waffen in der Hand und ficke alle und ich bin fast unsterblich ja wie ist denn möglich darin nicht gut zu sein ja ich habe jetzt das letzte Dings dafür geskillt wo du fast unsterblich bist wenn du das machst irgendwie so eine Schadenreduktion hat dass das quasi Unsterblichkeit ist ja ich warte noch auf meinen Death Trap äh hier Elementar Absorptions Upgrade ich weiß nicht worauf ich warte weil ich habe hier ein bisschen auf Healer geskillt ja das andere ist eine Mischung aus zweieinhalb verschiedenen also ich habe grün und blau hauptsächlich gemischt keine Ahnung was ich davon jetzt haben will ok get it right ok ok ich fand das halt endlich mal zwei na mir auch egal tschö kommt schon hinterher Leute keine Sorge die aufeinander schießen ist auch so ein Fall wow was ist das für ein Fee darum fliege ich wow wow und verbesserten Copter Finde ich schade, dass man hier endlich fliegen kann selber als Spieler. Ja. Ich will gerne erinnern auf einen gecrashed noch. Ich weiß. Ich hab's gehört. Das tut ihm jetzt aber leid. Ähm, nein, ich will nicht zum Murder Assassin Ward fahren. Jawoll, nach Sanctuary. Haben wir irgendwas als Sanctuary gehalten? Wo ist unsere nächste Teleportstation, ist die Frage. Ähm, ja. Da sind Ausgänge, überall Ausgänge. Keine Ahnung. Teleportstation, direkt hier. Ja. Jo. Hallo. Ach ja klar, wir sind hier an dem, an dem, an dem Innen hier. Klar, hier ist eine Stellenradstation, glaub ich. Geht auf der Nähe. Na dann. Ohne Power. Ohne Power. Okay. Die gehen nicht mehr, die Dinger. Ja, das ist eine Quest hier. Dann musst du die Power anschalten. Das ist die schnellste Rassenstation mit Power. Ich glaube nicht, wahrscheinlich. Au. Oh. Hi. Habt ihr es dann? Ja, ja. Oh, ich glaube, ich weiß, wie die schnellste Sonne war. Nein. Da müsste sie sein. Ohne Power. Die ist ohne Power. Fuck jetzt. Ganzhaft. Damit, dann mache ich die halt an. Wie geht denn das? Oh Gott. Na, genau. So ein Schatz, das bringt nichts. Ja. Ihr könnt das Rad gerne auch so aufdrehen, wie ihr wollt. Das bringt nichts ohne Asylum vorher irgendwie Gans zu kriegen. Genau. Wir überlegen, wie man Asylum angekriegt hat. Und wer die Frage. Danke. 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 Das range völlig woanders. Ich bin glaube ich nur über die Quest, ja. Ja, dann fahren wir weiter. Wir geben die Garten jetzt sogar. Kann man das Hangtray nicht so als Punkt auswählen? Go, go. Snap. Ich denke so. Dann nehme ich jetzt einfach den nächsten Ausgang, den ich finde. Der wäre wahrscheinlich in Ordnung. Nein, nicht der. Da innen drin wird wahrscheinlich keine schnelle Radiostation sein. Eben. In the fridge war, glaube ich, eine Station, oder? Kann sein, aber ich weiß gerade nicht, wo die ist. Bridge war welcher Ausgang? Ey. Der darf doch einfach zu irgendeinem Ausgang. So, ja. Come here, the dust. Och gut. Sieht gut aus. Super. Das ist auch nur eine kleine. Echt? Fuck. Ach, weißt du, ich spon mir einfach nur die eigene Karre. Na dann. Das ist eine schnelle Radiostation. Ja. Eben. Spätestens bei Ellie müsste eine sein. Das habe ich mir irgendwie so gedacht. Wie? Stinkt, Jerry. Nein. Nein, 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 nein. War falsch, war falsch. Geh irgendwie in... Danke. Yes, Stinkt, Jerry. Ach, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hey. Back again. Yay, neue Quests. Ja. Auf jeden Fall laufe ich erstmal in unser Hauptquartier. Erstmal... Das nächste Sozialidium. Alter. Bild kaufen. 38 für mich nur. Trotzdem gut. Äh, nee. War ich noch. Red ich eben nicht mit den ganzen Leuten. Doch, tu ich. Oh Gott. Egal, ob ihr es da seid oder nicht. Ja, ja, ja. Moment, ich bin mir echt da. 20 Sekunden. Zu spät. Du hilfst mir und ich bezahle dich. Ganz einfach. Na dann. Oh, Raid Boss. Nun, da der Krieger besiegt ist und Jack in einer Lache aus eigenem Blut und Exkrementen liegt, könnte man denken, Pandora sei sicher. Doch da dächte man falsch. Ich habe aus rostigem Metall und Speichel einen Seismografen gebaut, der mir sagt, dass irgendwo auf Pandora eine Kreatur von beträchtlicher Kraft erwacht ist. Du wirst sie natürlich vernichten. Ich hoffe, du hast das nötige Eridium, um in ihren Unterschlupf zu gelangen. Aha. Hey, Slap. Meins. Du kannst nicht für hunderte von Kammern meins sagen. Sagst du. Dialogium. Bevor wir uns diese Kammern ansehen, haben wir noch einiges zu tun. Sanctuary braucht einen neuen Schild. Hyperion muss ausgelöscht und unsere Gefallenen müssen begraben werden. Jack ist vielleicht tot, aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Ich verstehe. Was denkst du, Brack? Ich dachte, ich hätte schon gesagt, dass ich die Kammerjagd übernehme. Ja, ja. Hey, Mordecai. Hast du die Hyperion Nachrichtensendung gehört, wo es heißt, dass du Kinder umbringst und Welpen trittst? Ich hab den Kerl gefunden, der die produziert. Er ist im Arid Nexus. Du solltest vorbeischauen und ihm das Maul stopfen. Gerne doch. Geht nicht. Jetzt vielleicht nicht mehr. Ah, nie unbedingt. Meine Opa hat einen Krabbenwurm gefressen. Meine Opa hat einen Brülimon gefressen. Wie die Streiksoption. Die sind aber alt. Meine Güte. Der ist trotzdem feil. Hey. Komm, eine Maschine auf. Nix. Okay. Das nix, ne? Ja. Nicht wirklich. Hat eigentlich irgendwer von dem Bossfight irgendeine goldene Waffe aufgehoben oder sowas? Nop. Nö. Nur scheiß. Nur weißen mit. Ja. Kann man hier auch direkt mal verkaufen. Wozu braucht man eine Approbation, wenn man Stil hat? Co... Coats. Schau mich an. Oh Gott. Oh Gott. Gott, hier. Das hält ich davon. E-Bon. E-Bon, ne. Weg, ja. Super. Vor allem mit der Frisur. Mhm. Haben wir das denn jetzt alle? Was ist denn du das blöde Ding? Ach, wenn nicht, ist auch egal, weil die Maske scheiße ist. Die will keiner haben. Fast nur du. Nix Neues, nö. Na dann. Hat's jetzt nicht so viel geändert alles, ne? Nicht wirklich. Na dann. Ist Klepchop eigentlich wieder da? Hört sich mal auf und stellen, ich will die Kerl zu reden, danke. Jo, ist er. Ja, komm. Ich... Gefällt mir das! Bis dahin? Ihr fährt jetzt einfach wieder im Kreis. Ach so. Eins von euch muss weg. Ach, sie ist wieder nicht los. Wer? Franz? So, ja. Lütz. Waffen irgendwer? Was ist das für eine Waffe? Das ist ein Shotgun mit einem Schuss, oder wie? Was ist das für eine Waffe? Äh. Das ist schon so. Schon schön. Ja, dann war's das wohl auch erstmal. Gut, dann. Was? Ja. Was ist das? So. Los. War episch. Ja. Mal. Mal.